Hey yo, moin Leute, was geht mal wieder? Hier ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3 und ich präsentiere euch wieder ein Video von Black Ops 2, Capture Flex Slums, Runde 1 von Al... Moin Moin Digga So, los geht's Leute Die MTR habe ich heute dabei Eine schöne Waffe und die SMAW, Leute Für die großen Yuga Nauts, die hier manchmal rumschwirren auf der Map Aber wir klauen nicht Doch, wir klauen die POW, nehmen wir mal mit Oh Leute Mann, jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt Oh, die Waffe sieht sehr schön aus, aber die habe ich noch gar nicht freigeschaltet, glaube ich Welches Level bin ich denn? Ach, Level 21 bin ich erst Habe jetzt einen Kill und bin zweimal gestorben So, meine Perks sind Leichtgewicht, Zähigkeit und Gewandtigkeit Und ich glaube, da ist schon was wieder Da könnten wir wieder an einen Kill gelangen Jetzt müssen wir natürlich nur noch an den Kill kommen Das heißt, wir müssen jetzt da rennen Der hat die Flagge schon aufgenommen Und ich hoffe jetzt nicht, dass ein Teamkamerad hinten dran ist Der mich jetzt gleich, äh, tötet Das werden wir jetzt einfach mal gucken Sehr schön gemacht, Digga Ah Leute, von heute Du Stricher Ja, ich spiele es heute in einer anderen Grafik Nun auch für die iPad-Freunde Jetzt könnt ihr es auch auf dem iPad angucken Jetzt ist das Handy nämlich nicht mehr so schräg, Digga Und ich spiele es in HD, äh, HD-Auflösung, Leute So Die 200. Videomarke ist erreicht, Digga Das bedeutet jetzt andere Videos, Alter Bessere Grafik und bessere Qualität, Alter Einfach für euch Habe ich mir einfach mal so beschlossen, Digga Keine wackelige Kamera mehr Sondern so, wie das so ist, Digga So ist Deluxe, Digga So kriegst du die Jungfrauen ab, Alter Was will man mehr, Digga Bin 20 Jahre Hab coole Abonnenten Coole Leute Ja Wer das Video sieht Ich bin der Zocker ohne HD-PV-Auflösung Ich benutze sowas gar nicht Überhaupt nicht Man kann mich Funzocker nennen eigentlich auch Eigentlich Funzocker, ja Funzocker Doch Funzocker Ich hab einen Song gehört Heute Mann, wie hieß der denn? Ah, das war so eine Frau Oh, der Song, der ist die ganze Zeit schon in meinem Kopfchen Wie geht der Song nochmal? Warte mal, ich zoome ihn mal für euch So oder irgendwie Ace of Base, Digga Mann, ein richtiger Ohrwum Ah, Blitzschlag, Leute Okay, Leute Ich sag jetzt einfach mal wieder Ciao Bis zum nächsten Mal See you later Alle Gator Ich hoffe, das Video hat euch gefallen In full HD, Alter Und objektiv ist sogar gerade, Alter Handy Jo, ciao Ciao Ich hoffe, das war hier